Herzlich willkommen zum Neumond-Horoskop Dezember. Am 13. Dezember trifft Sonne auf Mond und zwar im Schützezeichen und wir haben also einen Neumond. Und der Neumond definiert ja immer so ein bisschen die Qualität für das nächste Monat, also so Mitte Dezember bis Mitte Jänner. Und das ist immer so eine unterschwellige Qualität. Du wirst noch ein paar so tagesaktuelle Qualitäten auch hören, demnächst, also wenn ich dir dann sage, wie wird der 24.12., also mit was für einer Energie ist da zu rechnen. Aber heute schauen wir uns jetzt mal den Neumond an. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, die Horoskopaktion, wie wird dein Jahr 2024, aktuelle Jahresthemen, gibt es zum Sonderpreis, zum Aktionspreis. Das ist alles hinten im Video bzw. in der Beschreibung unten verlinkt. Aber jetzt schauen wir uns mal das Neumond-Horoskop an. Wie gesagt, Sonne und Mond treffen sich im Schützezeichen. Und der Schütze ist ja natürlich, da will jemand sich verbreitern, da möchte man größer werden, da möchte man eine große Vision auch haben und tragen. Und in diesem Zeichen geht es auch darum, so auf optimistische Art und Weise nach vorne zu schauen und vielleicht auch nach innen zu schauen, was lässt sich denn gut zusammenfügen. Was passt denn und was passt denn zu mir? Was kann ich vielleicht verbessern, verändern, gut fügen? Der Schütze ist die Fügung, die gute Fügung. Und was passt vielleicht nicht mehr so? Was passt nicht mehr in das Puzzleteil meines Lebens? Was passt da nicht mehr rein in das Gesamtbild, in die Vision meines Lebens? Und du siehst ja auch, der Mars steht ja noch im Schützezeichen und der hat ja dieser ganzen Zeit so diese Dynamik gegeben, dieses Holter-Polter, also diese Schnelle, diese Qualität, dieses Hektische kommt ja da vom Mars. Und auch wenn der jetzt nicht mehr direkt mit Sonne im Mond quasi da jetzt zusammenwirkt, ein bisschen wird man ihn schon noch spüren. Vor allem, um noch kurz bei Mars zu bleiben, hat der ein Halbquadrat zu Pluto im Steinbock. Und das ist ja immer so ein Frustrationsaspekt, also Pluto-Mars und das in einem Spannungsaspekt. Der Mars, der nach vorne möchte, der da, wie gesagt, fügen möchte, der neue Projekte vielleicht starten möchte, Talente zusammenführen möchte. Und der Pluto, der im Steinbock jetzt sitzt, der ist jetzt wieder, also der ist ja in diesem verhärteten Steinbock, in diesem Strukturzeichen, die alte Struktur lässt neue Fügung nicht zu. Das ist einfach der Punkt. Das heißt, das Alte lässt das Neue noch nicht ganz zu. Das ist ein innerer Kampf, ein innerer Konflikt. Und den kannst du natürlich auf deiner inneren Ebene auch spüren. Das kann sein, dass du alte Beziehungen noch nicht so abgeschlossen hast, alte Emotionen vielleicht noch irgendwo in dir stecken hast, dass du da etwas nicht wandeln kannst so ganz, wie du es dir wünschst. Und deshalb vielleicht auch etwas Neues nicht angehen kannst. Also das ist so eine innere Bremse, ist so eine innere Frustration. Aber wenn man jetzt schaut, zum Beispiel zu Jupiter noch einmal und wir haben ja, Jupiter ist ja der Herrscher vom Schützezeichen und der macht ein anderthalb Quadrat hin zu Sonne und zum Mond. Und Jupiter steht ja im Stier. Und Stier ist ja unsere Materie auf der einen Seite, also das, was wir haben, haben und gut. Unsere Werte und auch das Selbstwert, das ist ja Jupiter. Und da steht in einem Spannungsaspekt eben noch einmal zu den Idealen des Schützen, also zu der guten Fügung. Und da kann es natürlich sein, noch einmal, prüfe deine Werte und schau einfach mal, was hast du da und was hältst du womöglich noch fest, was jetzt gehen sollte, damit es du selber dir leichter machst. Es geht darum, mach es dir leichter. Die Zeiten sind herausfordernd genug. Mach es dir leichter. Finde ein inneres Bild der Leichtigkeit, der guten Fügung, des Optimismus. Denn sonst kann es eben sein, dass du in der Materie stecken bleibst. Das heißt, du suchst das Glück. Also wenn du das Glück in der Materie suchst, rein in der Materie, rein im Außen suchst, dann kann das zu einem großen Frustrationsfaktor kommen. Wir haben natürlich ein Trigon zwischen Jupiter und Merkur. Der Merkur steht im Steinbock, der Jupiter im Stier, habe ich schon gesagt. Und das wäre natürlich auch noch einmal, diese gute Fügung, das wäre auch noch einmal, da kann man auch, wenn man klare Pläne hat und klar kommunizieren kann, da geht es ja auch um Kommunikation, klares Denken, dann denke ich, kann da ganz realistisch sich etwas Neues auch auftun und sehr optimistisch auch unterstützt werden. Also mit dieser Konstellation. Also das ist durchaus positiv zu betrachten. Was ich etwas zu bedenken geben möchte, ist die Opposition zwischen Venus und Jupiter. Also du siehst, der Jupiter hängt da drauf. Der hängt hier drauf auf Sonne, Mond, Merkur, auf dem Mars, auf der Venus, auf allen persönlichen Planeten hängt der Jupiter drauf. Die Vergrößerung. Vergrößerung übrigens auch noch einmal aufpassen. Jetzt ist ja die Weihnachtszeit, die Kekszeit. Also Jupiter vergrößert auch ganz gerne mal den Leib. Also da bitte einfach darauf achten, beziehungsweise nicht traurig sein, wenn es da jetzt wieder ein bisschen bergauf geht auf der Waage. Jupiter, Opposition, Venus. Was bedeutet denn das? Die Venus steht im Skorpionzeichen. Also das sind auch leidenschaftliche Vorstellungen. Das sind vielleicht auch gewisse romantische Bilder, die du gespeichert hast. Auch vielleicht ein Bild so deiner Ehe. Also wenn du in einer dauerhaften Beziehung bist, in einer Ehebeziehung bist, dann ist es jetzt so der Jupiter in Opposition zum Stier. Und da geht es auch darum, gemeinsam, wie gesagt, eine gemeinsame Vision auch zu schaffen. Weil das kann sein, dass das etwas auseinander geht. Was stellt sich der eine vor? Was stellt sich der andere Partner vor? Da kann es natürlich sein, dass es da zu Reibereien kommt und dass die da auch ein bisschen spürbarer werden. Das Zweite, wo ich aufpassen würde, ist einfach so, ja, einfach die fixe Vorstellung, dass was jetzt etwas, etwas zu haben, dass man glücklich wird. Das heißt, im Außen etwas besitzen zu wollen, das dich innerlich befriedigt, besser macht, reicher macht, schlauer macht, wie auch immer. Das ist eine Zeit. Bitte aufpassen, da nicht in diese Falle reinlaufen und nicht eben, wie gesagt, sich nur von der Materie blenden lassen. Ist ja nichts gegen die Materieeinzuwendung, ob das will. Aber bitte nicht jetzt glauben, da kann dich jetzt etwas glücklich machen. Und das ist so ein bisschen eine Warnung, verlauft dich bitte nicht in dieser Zeit, in diese Vorstellung, wenn man mehr hätte, wenn etwas anders wäre, dann wäre etwas vielleicht etwas leichter. Ja, der Saturn lädt auch noch einmal Mond und Sonne, also deinen Ausdruck und deine Gefühle, also das, was nach innen reingeht, was du fühlst, das, was du nach außen rausbringst, lädt da bitte noch einmal zur Klarheit ein. Und Saturn selber steht ja im Fischezeichen und Fische ist ja so die innere Wirklichkeit. Das heißt, mach dir deine Wirklichkeit bewusst. Es ist ein spiritueller Aufruf und ich mache jetzt nicht die große Esophane, oh Gott, alles ist spirituell und du musst jetzt bewusst werden, sondern es geht wirklich darum, finde eine Klarheit, finde die Klarheit in deiner Wirklichkeit und geh da auch klare Pfade nach innen. Also nicht alles soll nach außen führen, sondern es sollen durchaus auch Pfade nach innen führen. Und das wird noch einmal verstärkt durch ein Quadrat zu Neptun. Und Neptun steht ja auch im Fischezeichen und der ist ja, das kann natürlich unter dieser Konstellation ein bisschen so die Einbildung, die Selbsttäuschung sein. Und deshalb eben wirklich diese Klarheit, Nüchternheit von Saturn ist da durchaus zu begrüßen. Und es ist ja eben, wie gesagt, im Außen alles andere als prickelnd. Also da ist jetzt im Außen, wenn man größer schaut und weiter schaut, schaut es nicht sehr gut aus. Schaut es sehr konfliktreich aus und ist es auch sehr, sehr geladen. Und dennoch ist die Tür offen, dass du in deine Wirklichkeit fällst, in deine Vision reinfällst und dir auch selber einfach mal vornimmst, was ist dir denn wichtig? Wie möchtest du dich denn auch auf einer spirituellen, esoterischen, energetischen, vielleicht auch astrologischen Art und Weise entdecken, entfalten, weiterbilden? Und wenn wir schon beim Thema sind, ich werde jetzt dann demnächst auch Online-Kurse anbieten, also Online-Seminare, wirst du dann eh sehen, sage ich dann auch hier am Kanal. Also da kannst du ja gerne mal was machen, wenn es dich interessiert oder eben live in Linz auch mal eine Ausbildung oder einen Kurs. Aber egal was du tust, wichtig ist einfach nur, spüre, wo du von deinem inneren Licht hin sollst, was du hinter dir lassen sollst und schau, dass sich dein Leben positiv fügt und schau, dass die Teilchen, die Bausteine für dein Leben, für dein positives Leben, für eine gute Fügung jetzt zusammengeführt werden. Also das würde ich dir empfehlen in dieser Neumond-Energie. Das heißt, wir haben gewisse Fallen, wir haben einen gewissen Frustrationsdruck, aber durchaus auch den Ruf nach innen und dazu lade ich dich ein. Du findest auch hier am Kanal unzählige Meditationen, ja auch astrologische Meditationen, dass du dich einmal mit dir selber beschäftigst, mit deiner eigenen Vision, deinem eigenen Licht. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein grandioses, restliches Jahr. Ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns noch dazwischen. Ich bringe jetzt eh demnächst auch Videos über Weihnachten, wie wird 24 und so weiter. Also da kommen jetzt die ganzen Vorschauen natürlich auch noch auf diesen Kanal. Aber soweit mal zum Neumond-Horoskop und ich wünsche dir alles Gute aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.